Von der Zwei-Mann-Firma 1990 zum international anerkannten Dienstleister für Handelskonzerne. Mit durchschlagendem wirtschaftlichen Erfolg. In den letzten fünf Jahren konnte die Mitarbeiterzahl auf fast 400 verdoppelt werden. Die größte Schwierigkeit für das Unternehmen besteht heute nicht mehr darin, überregional Aufträge zu gewinnen, sondern in einer strukturschwachen Region wie dem Vogtland ausreichend hochqualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Durch enge Zusammenarbeit mit den regionalen Ausbildungseinrichtungen, spezielle Trainee-Programme und weitere auf die Region ausgerichtete Recruiting-Maßnahmen konnte diese Schwierigkeit gemeistert werden. Mit rund 73.000 Installationen in über 30 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store Solutions. Zum Beispiel bei Chibo, Galeria Kaufhof, Douglas, Netto und Lidl. Der Markterfolg beruht auf der Qualität ihres Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der auch internationale Großprojekte in kürzester Zeit umgesetzt werden. Die Lösungs-Suite GK Retail ist jetzt seit fast zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuster Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Dieser Erfolg ist nur durch intensive eigene Entwicklungsarbeit und kontinuierliche Schutzrechtsarbeit möglich. Umfangreiches soziales Engagement und die Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen zeichnen das Unternehmen aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017